Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Wissen2go. Heute gibt es wieder Mirkos Meinung. Ihr wollt ja immer mal wieder meine Meinung wissen, die sage ich euch gerne. Und natürlich bin ich auch gespannt auf eure Meinung, die könnt ihr mir gerne posten. Es geht, wie ihr den Titel schon entnommen habt, um ein Thema, das gerade heiß diskutiert wird. Und dieses Thema hat mit der Partei NPD zu tun. Die NPD ist eine, so sagen die Menschen, die sich mit ihr beschäftigt haben, rechtsextreme Partei. Das heißt, sie ist zum Beispiel feindlich gegenüber Minderheiten, vor allem Ausländern, und sie ist sehr nationalistisch bestimmt. Diese beiden Sachen sind jetzt noch nicht unbedingt ein Grund, warum man die NPD komplett abschaffen sollte. Zumindest gibt es dagegen kein Gesetz. Aber wenn eine Partei in Deutschland gegen die Verfassung ist, gegen unser Grundgesetz, dann ist das ein Grund, diese Partei zu verbieten. Also wenn zum Beispiel eine Partei sagt, wir wollen hier wieder die Monarchie einführen, wir brauchen keinen Bundeskanzler und wir wollen hier eine Revolution haben. So was wäre zum Beispiel ein Grund dafür, diese Partei zu verbieten, mal ganz vereinfacht gesagt. Bei der NPD ist es so, dass einige Leute von der NPD sagen, dass sie Kontakte hat zu staatsfeindlichen Organisationen, die also einen Umsturz im Staat wollen und die das Ganze auch gewalttätig machen. Es soll dafür verschiedene Beweise geben. Die NPD soll zum Beispiel auch Verbindungen gehabt haben zum NSU, zum Nationalsozialistischen Untergrund, der ja vor einer Weile verschiedene rechtsextreme Terrorattentate begangen hat. Und deswegen sagt man jetzt, diese Partei sollte man eigentlich verbieten, weil sie eben angeblich diese Kontakte hat. Das große Problem ist, dass man das schon mal machen wollte. Man wollte die NPD schon mal aus diesem Grund verbieten. Das ist einige Jahre her und es hat nicht geklappt. Fürs Verbieten einer Partei ist das Bundesverfassungsgericht zuständig und das hat er damals gesagt. Nein, das Problem ist, der Staat ist mit zu vielen Spitzeln, die Infos aus dieser Partei liefern, involviert in die NPD und deswegen kann man sie nicht einfach verbieten. Diese Spitzel wurden jetzt, so hört man zumindest, alle abgezogen. Das Problem ist also beseitigt. Aber die große Frage ist immer noch, kann man die NPD jetzt verbieten? Diese Woche haben sich die Innenminister der Bundesländer getroffen, haben gesagt, ja man kann. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass es da eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gehen wird. Sollte man denn die NPD verbieten? Vielleicht habt ihr dann in der Schule oder in der Uni auch schon darüber diskutiert. Das ist auch immer so ein ganz beliebtes Erörterungsthema. Deswegen würde ich euch gerne mal meine Meinung sagen. Also bei mir ist es so, wenn die NPD hier ist, bin ich mit meinen politischen Ansichten ungefähr da. Also ganz weit weg. Ich will nichts mit dem zu tun haben, was sie politisch vertreten. Auf gar keinen Fall. Ich finde das nicht gut. Ich finde es immer schlecht, wenn gegen Minderheiten gehetzt wird. Und sollte das tatsächlich so sein, da habe ich zu wenig Einblick und da will ich mir auch kein Urteil drüber anmaßen. Sollte es tatsächlich so sein, dass die NPD Verbindungen hat zu gewalttätigen Organisationen, dann sollte man das prüfen. Aber die große Sache ist natürlich, ein Parteiverbot hilft natürlich gar nicht unbedingt so sehr weiter. Was ist denn ein Verbot? Muss ich euch anschauen, dann gibt es die Partei nicht mehr. Okay, klar, dann können die sich nicht mehr treffen auf Parteitagen und irgendwelche Programme beschließen. Aber das heißt ja nicht, dass die Menschen auf einmal alle aus Deutschland raus sind, die dieses Gedankengut haben. Die werden sich natürlich treffen, entweder im Untergrund und weitermachen oder eine neue Partei gründen oder sonst irgendeine Form finden, ihre kruden politischen Theorien zu verbreiten. Deswegen ist ein Parteiverbot auf der einen Seite wenig sinnvoll, weil man damit quasi nur das Dach wegnimmt, aber das, was drunter ist, bleibt ja logischerweise da. Andererseits, und das muss man auch sehen, ist die NPD eine Partei, die Geld vom Staat bekommt. Jede Partei, die mindestens 1% bei Landtagswahlen hat und 0,5% bei Europawahlen oder 0,5% bei Europawahlen, sollte man eher sagen, die bekommt Geld vom Staat über die Parteienfinanzierung. Habe ich euch mal was in der Infobox verlinkt, wenn euch das interessiert. Und das bedeutet, dass die NPD auch Geld bekommt. Seit Jahren bekommt die NPD jährlich mehr als eine Million Euro vom Staat, die sie natürlich einsetzt, um Parteiarbeit zu machen. Und das ist natürlich die Frage, sollte der Staat eine Partei unterstützen mit Geld, die mehr oder weniger gegen den Staat arbeitet? Und da würde ich wieder sagen, hm, sollte man die Partei doch vermieten, damit da kein Geld mehr fließt. Ich bin, ihr seht also zwiegespalten, auf der einen Seite sage ich, bringt nicht viel, weil die machen eh weiter. Auf der anderen Seite sage ich, naja, aber dann fließt wenigstens kein Geld mehr, wenn die Partei verboten wird. Unterm Strich, wenn man das alles so zusammennimmt, sage ich, verbietet die Partei einfach, ein Versuch ist es wert, klar werden die weitermachen. Aber wie kommt es denn zustande, dass man zum Beispiel ausländerfeindlich wird? Einfach, indem kein Dialog da ist. Man sollte also Dialog fördern. Man sollte dafür sorgen, dass Hass auf andere Menschen, auf andere Völkerungsgruppen überhaupt keinen Nährboden mehr hat in Deutschland. Also präventiv vorgehen und nicht unbedingt erst nur die Symptome behandeln. Also das ist ungefähr so, wenn man Halsweh hat und Dobendan nimmt, das sorgt zwar kurzzeitig dafür, dass die Halsschmerzen weg sind, aber nicht auf lange Sicht. Wenn man jetzt Uncaloabo nimmt, ist es etwas besser. Das bekämpft die Halsschmerzen direkt, um es mal mit Medikamenten zu sagen, passend zur Jahreszeit gerade. Also der Staat sollte was dafür tun, dass diese rechtsextreme Ideologie eingebannt wird. Unterm Strich, Partei verbieten, ja, aber auch gleichzeitig Maßnahmen verabschieden, die dafür sorgen, dass immer weniger Menschen so denken wie die Menschen in der NPD. Ich hoffe, ihr konntet meiner Argumentation folgen. Ist ein bisschen kompliziert, aber ich bin natürlich auch gespannt auf eure Meinung. Was sagt ihr? Bringt es was, die NPD zu verbieten? Ist es ein Tropfen auf den heißen Stein? Hier ist alles erlaubt. Also sofern ihr nicht gegen irgendwelche Leute hetzt, dürft ihr alles in den Kommentaren schreiben. Ihr dürft auch mich kritisieren, wie ihr wollt. Ich bin gespannt, was ihr schreibt. Vielen Dank schon mal. Morgen gibt es übrigens wieder ein Video, da geht es dann um den Kalten Krieg. Also was ganz anderes, aber es hilft euch vielleicht in der Schule. Kalter Krieg morgen. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut.